Dieser Ford Kuga steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen grauen, fünftürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 3000 km. Die Erstanmeldung bei Ende 2015. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe des sparsamen Diesels überträgt eine Leistung von 120 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.